Hallo und Willkommen zu einem neuen Autoflog Jetzt wo ich gerade daheim gegangen war, hat mir noch ein Paket vorgebracht Ich habe ein Paket vorgebracht, was jetzt aber leider nicht mehr aufmachen konnte und was ich jetzt auch leider nicht mehr filmen konnte Aber heute kommt auf jeden Fall, vielleicht auch erst morgen, ich weiß es nicht Es kommt auch darauf an, wenn ich das Video hochklärt Vielleicht kommt das morgen und das andere noch heute Also wie auch immer auf jeden Fall auf meinem J.D.Vapes Kanal Kommt jetzt noch ein Video, die Post war da Die Post war da vom Chef Koch von Markus Und wir haben da kurz, wir haben da halt Kontakte über Skype gehabt Und er hat auf jeden Fall mir Kolz zugeschickt, die wir jetzt aktuell so nicht kaufen können Und da bin ich auch mal gespannt Weil die meisten Kolbauer machen halt so Mischkolz Die haben dann Nickel 80, Nickel 90, Körndraht Und machen die Umwandlung dann mit Edelstahldraht oder mit irgendwas anderem Aber es gibt eigentlich kein Kolbauer, wo tatsächlich ein N90 komplett macht Also ein N90 Manteldraht und ein N90 Körndraht So ein Rush Wabing, der Manni, der ist ja auch Kolbauer Der macht das aber Der macht sogenannte Full N90 Koils Und der hat halt gemeint, wenn er ein N90 Manteldraht nimmt Das ist halt so fein und weich der Draht Dass man da halt extrem aufpassen muss Dass der sich nicht überlappt oder unterlappt oder dass er reißt Also man kann da halt nicht so einfach Holz bauen Sollte nach seiner Aussage recht kompliziert sein Aber ich bin halt der Meinung, dass wenn der Körndraht und der Manteldraht aus dem gleichen Material ist Dann erwärmen die sich eigentlich auch ähnlich schnell Was ja dann nachher dem Geschmack letztendlich auch zugute kommt So und der Chefkoch, der hat mir jetzt Kals gebaut Mit N90 Körn und N80 Manteldraht Der N80 Manteldraht soll laut Money etwas leichter zum Verarbeiter sein Wie der N90 Draht, weil der ganz so weich ist Und ich selber habe vom Kolbauer ja überhaupt gar keine Ahnung Das gibt es ja auf jeden Fall vom Frank, Franktastische Quals Gibt es ja die Guru Quals Das sind ja irgendwie mit dem Guru von der Vapor Friends mit dem Raphael sind die irgendwie entstanden Ich habe keine Ahnung in welcher Konstellation die da irgendwie zusammengearbeitet haben Das sind N90 Kerne und V2A Manteldraht Also Edelstahl Manteldraht Und der zwei vor kurzem irgendwo im Livestream im Chat drin, wo der Frank auch im Chat war Und dann habe ich den Frank gefragt Wo denn die Pforte Ob er dann erstmal gefragt, ob die Guru Quals Full N90 sind Und dann hat er gemerkt, nein Das ist ja ein Mischtrad Der Mantel ist V2A und der Kern ist N90 Und dann habe ich gefragt, wo sind denn die Vorteile da drin, dass er das so macht Dann ist halt die Antwort zurückkommen Die wird jetzt scheinbar beim Dampfen mehr knallen Ob das so ist oder nicht, ich kann es weder verneinen noch bestätigen Ich glaube es eher weniger Die lauten Manni ist halt einfach die Verarbeitung einfacher Wenn man einen Edelstahl Manteldraht nimmt, weil man den relativ einfach aufwickeln kann Wenn man im Winter schaltest du die Bohrmaschine ein, gibst Rollgas Dann ziehst du halt den Manteldraht einmal im Keul entlang durch und dann sieht das gut aus Bei N90 muss man halt wahnsinnig aufpassen, dass der sauber liegt Weil der Draht selber halt unwahrscheinlich weich ist So und jetzt ist halt die Frage, ich habe keine Ahnung Ich bin kein Keulbauer, stimmt jetzt die Aussage vom Manni oder stimmt die Aussage vom Frank? Der Markus von Chefcoils, der wollte man eigentlich vorher keine Coils zuschicken von seinen Standardcoils Dann hat der Manni jetzt zum Beispiel auch gemeint, ja, aus dem Grund wahrscheinlich Weil wenn ich die mit seinen Coils vergleiche, werde ich sagen, da sind die gut Ich weiß, jetzt hat der Markus mir spezielle Coils gemacht mit N80 Manteldraht Die werde ich noch testen und die haben jetzt auch tatsächlich vom Frank, die auch ein paar Coils daheim Die habe ich aber nicht vom Frank selber bekommen, sondern die hat mir den Wolfgang zugeschickt Und da werde ich auch irgendwann mal ein Vergleichszieher Weil ich nutze eigentlich sehr viel solche Pre-Bild Coils von Coil-Vader oder von der All-Vibe Die haben ja irgendwann, da bin ich eigentlich durch den Tim, durch den Dampferler-TV draufgekommen Der hat die bei sich immer drinnen gehabt und da hat das immer so ein Knack-Knack-Gereisch gegeben Und das hat mir halt wahnsinnig aufgefallen Und da habe ich den gefragt, was sind das für Coils Und dann hat der damals die All-Vibe Coils verwendet von Fastech Dann habe ich mir die mal bestellt und habe die, ich glaube als allererstes in der GT4 eingebaut Und das hat so einen wahnsinns Unterschied vom Geschmack her ausgemacht Dass ich da echt abartig begeistert war Dann habe ich gesehen, dass es von Coil-Vader auch Full-Any 90 Coils gibt Aber halt wesentlich günstiger Dann habe ich mir die bestellt Das sind für mich eigentlich im Vergleich zu der All-Vibe Coils Fast nicht zum Unterscheiden Optisch sehe ich jetzt ein bisschen anders aus Aber vom Geschmack her würde ich sagen, ziemlich gleich Dass ich die Coils sogar viele, viele Handmade Coils bevorzugehen würde Und die werden dann auch irgendwann mal die Pre-Bild Coils vergleichen Mit den Coils, was ich jetzt vom Frank habe Vielleicht auch mit denen, was ich von Markus habe Ich habe es ja schon verglichen mit denen, was ich vom Rush-Waping habe Und da ist der Unterschied tatsächlich sehr, sehr, sehr minimal Also ist das Material von der Coils echt meiner Meinung nach wahnsinnig entscheidend Man muss aber halt natürlich auch das Knallen mögen Weil die Anni 90 Coils, die machen das schon richtig gerade auch Wenn man in höhere Leistungen dampft Wenn man jetzt, sagen wir mal, keine Ahnung 40, 50 Watt dampft Oder im unteren Leistungsbereich Dann wirkt sich das nicht aus Aber sobald du mal auf 80, 90 Watt gehst Dann hört sich das an wie so eine Maschine quer Ich finde es cool Geschmacklich ist auch Bombe Jetzt habe ich von Markus auf jeden Fall mit Anni 90 Kern Draht Anni 80 Mantel Draht Die werde ich dann irgendwann im nächsten Mal testen Und da kann ich jetzt echt mal So ein bisschen vergleichen Von Grava Grava Coils Dann habe ich von Frank jetzt ein paar Handmade Coils Und jetzt die von Markus vom Chefkoch Vergleich die einfach mal Da bin ich mal gespannt Was bei dem Vergleich rauskommt So Kurzes Video Ich wollte eigentlich nur noch mal kurz das Video Die Post war da im Vorfeld schon mal ankündigen Das wird jetzt Heute Morgen Ist vielleicht auch schon gestern gekommen Ich habe keine Ahnung Bis zum nächsten Video Tschüss ... ...